Liebe Freunde vom Talk der offenen Tür, ich freue mich, dass ich euch jetzt mit zu Clara Bow nehmen darf. Wir hatten ein mega E-Mail-Kontakt, wir hatten super nette Telefonate, das ist übrigens die Band in unserer nächsten Show. Und jetzt freue ich mich, dass ich sie endlich mal persönlich kennenlernen darf. Und nehme ich euch einfach mal mit rein. Raus! Raus!